Ich bin Claude vom WWF und ich zeige euch heute, wie man einen Garten tierfreundlich gestalten kann. Wir haben ein Igelhaus, einen Fledermauskasten und ein Bienenhotel gebaut. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Und was machst du das tierfreundlich? ZDF für funk, 2017